Herzlich Willkommen und schön dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Netzwerk hier auf meinem Kanal und zwar zu Grim Nights ins Spiel welches mir aus der Community heraus empfohlen wurde vielen Dank an dieser Stelle nochmal ich habe mir einfach mal die Steam Page angeschaut es ist quasi ein 2D Pixel Art Survival Game und ich habe es jetzt noch gar nicht angespielt das werden wir jetzt dann gleich zusammen machen aber ich glaube für die 2,50 Euro oder was das kostet kann man das ruhig mal kaufen und ausprobieren also da ist nicht viel Geld verloren wenn man doch ein Scheißspiel hätte naja probieren wir es aus wir starten jetzt hier einfach gleich mal ganz kurz noch was ich richtig geil finde ist hier unten dieser Hinweis important if you have saves from earlier version they will be corrupted and throw an arrow please start a new game and accept my apology also die meisten Spiele also ich kenne ja so ein paar die hauen einfach eine neue Version raus und dann ist dein Ding plötzlich nicht mehr gültig der Save hier entschuldigt sich auch nochmal dafür das finde ich ehrlich gesagt ziemlich ziemlich geil ja wir starten jetzt das Spiel hier einfach mal genug gelabert wir legen jetzt hier gleich mal los wir können auswählen quasi drei Schwierigkeitsgrade und hier natürlich auch wo wir spielen wollen ich glaube wir fangen mal hier mit den Pinny Valleys an oder Pinny wie auch immer das heißt dann haben wir hier Beginner start with twice as many resources some gold one legendary villager and the undead are less numerous also das heißt wir haben zweimal so viele Ressourcen wie sonst üblich ein bisschen Gold einen legendären ja Dorfbewohner und die Untoten sind nicht ganz so zahlreich also in dem Spiel vielleicht noch mal ganz kurz wir können unsere eigene Stadt aufbauen und müssen uns hier verteidigen es erinnert ein bisschen glaube ich dann auch an Terraria wie gesagt ich habe das Spiel jetzt selber noch nicht angeschaut wir werden das jetzt hier gleich mal ein bisschen zusammen bewerten dann haben wir die Standard Settings und Days past twice as fast auf dem Veteranenspielkeitsgrad also die Tage gehen einfach doppelt so schnell ich würde aber vorschlagen wir fangen wir einfach mal mit normal an so Dark days lie ahead when night falls the undead will walk these lands you must gather resources and train your workers so they can defend your village One worker may occupy one resource at a time so use them wisely if your tavern is destroyed and your population is zero you will lose if all your buildings are destroyed you will lose These dark days are predicted to last for 13 days and nights your villagers needs to eat the higher tier the more they consume so keep any eye on your food supply best luck If you are still alive after the 30th day you will be given an option to let the curse continue Vielleicht nochmal ganz kurz auf Deutsch übersetzt also wir haben jetzt hier einfach 13 Tage und 13 Nächte vor uns ein Dorfbewohner kann immer nur eine Ressource zur selben Zeit behandeln bearbeiten tragen Wie auch immer dann wenn unsere Taverne zerstört ist und unsere Population 0 ist haben wir verloren wenn alle unsere Gebäude zerstört sind haben wir auch verloren und je besser der Dorfbewohner ist natürlich desto mehr wird er auch konsumieren an Essen also das klingt doch mal sehr nah Herausforderung ne Hier oben sehen wir auch schon Tag 1 und Stunde 7 ja wie gesagt und wenn die Nacht herein bricht dann kommen die Untoten und wollen natürlich ihr Land zurück haben Also ich bin sehr sehr gespannt starten wir jetzt hier einfach mal das Spiel ich glaube aktuell kann man die Sprache Deutsch oder Chinesisch nur auswählen ok hier geht es von oben nach unten und so weiter Hier haben wir den Enemy Codex der interessiert jetzt noch nicht Die Spielgeschwindigkeit können wir nicht beeinflussen ok das passt alles jetzt nur die Frage Ach hier jetzt so ok da kann man zoomen noch ein bisschen das sind unsere 5 Dorfbewohner Man Northlake Joachim Luker Tora Steelens was haben wir hier noch Tiffany Youngherd Robert Mokeo Gesundheit Amor Schaden und noch ein bisschen Informationen It's more to stay often contemplates Nails ok naja werden wir mal ausprobieren Das hier ist unsere Taverne neue Dorfbewohner werden hier ankommen solange wir natürlich die Grenzen hier nicht erreicht haben ich glaube wir müssten jetzt Gebäude bauen wir haben ein Haus also wir haben Platz quasi für 3 Dorfbewohner aber 5 haben wir im Moment also wenn wir jetzt da ein Häuschen irgendwie hinbauen Ah ja schau mal hier hier können wir vorspulen fast forward to the next undead wave you will gain 3 Gold per hour skippt Aha und wir können den Regen auch noch sperren aber alles nicht schlecht ok wir wollen jetzt aber mal ein bisschen was bauen wie geht das denn hier upgrade upgrade ok Wenn ich dich jetzt mal auswähle ah ja schau mal wenn wir jetzt hier so einen Dorfbewohner mal auswählen dann bekommen wir hier unten rechts nein links so ein paar Buttons hier das Haus was den Cap nach oben zieht dann haben wir hier die Taverne das heilige Zentrum unserer Stadt Eine Windmühle a great source of food creates your grades for a field where you can harvest crops for a steady food income Ich glaube das sollten wir gleich mal machen damit wir hier unsere Nahrung sicherstellen also einmal bauen bitte Brauchen wir noch Holz haben wir hier genau Einmal Holz abbauen bitte du darfst das gerne auch noch machen was haben wir denn da noch für Möglichkeiten wir haben hier noch Key Unit Equipped unequipped torch decoration cost und auto mine on off ok Machen wir hier Baracken move villagers here and train them so they can defend your village Das sollten wir glaube ich recht schnell aufbauen weil wir haben ja jetzt nicht so mega viel Zeit bis dann jetzt hier mal die nächste oder die erste Untotenwelle kommt Dann haben wir noch Mineneingang und den Tempel Ahja train healers to keep your troops alive oh well also da kann man quasi heiler ausbilden und dann haben wir hier einfach nochmal Ein paar weitere Gebäude die schauen wir uns nachher an die können wir jetzt im Moment nicht bauen Jetzt heißt erstmal arbeiten ok also einer ist jetzt hier beschäftigt sehr schön dann damit wir auch noch ein paar mehr Dorfbewohner Bekommen sollten wir vielleicht gleich mal ein paar Häuschen aufbauen Wie seid ihr mit dem Holz beschäftigt oder jawoll schonmal genau also ein Dorfbewohner kann immer nur eine Ressource gleichzeitig bearbeiten Der ist jetzt hier am Holz dran am Baum quasi und fällt den jetzt hier so Stück für Stück und er muss jetzt nirgendwo hinrennen Die Ressource wird uns gleich gutgeschrieben ja das ist sehr cool Da gibt es übrigens auch noch mal ein DLC zu dem Spiel also wenn mir das echt gefällt dann könnten wir uns überlegen den DLC dann zu spielen das ist auch nicht wirklich teuer Da können wir dann quasi mit Elfen spielen und so weiter aber das schauen wir uns nachher mal an Ah Gift ist mein Ex Das ist 2 Uh schau mal da müssen wir natürlich aufpassen Manche unserer lieben Dorfbewohner sind besser wie andere Schau mal du kommst jetzt hier weg Jetzt Also du holst immer 2 Holz raus du holst immer 3 Holz raus das ist natürlich praktisch da müssen wir echt immer ein bisschen aufpassen wer was kann Was kannst du noch Okay nichts besonderes gut also Holz haben wir schon mal Nahrung ja da können wir mal glaube ich noch ein paar rein schicken da passiert nämlich im Moment glaube ich noch nicht so viel Achso Ah verstehe verstehe okay die müssen wir wirklich die Felder dann zuweisen Denn hier oben das ist glaube ich wahrscheinlich nur als Sicherheitspunkt oder sowas zu verstehen quasi wo die dann hingehen können und dann werden sie da erstmal nicht angegriffen Und dann brauchen wir jetzt so ein bisschen Holz wir sollten jetzt gleich die Baracken aufbauen Sonst haben wir bald wenn es dann mal soweit ist Wir haben ja Stunde 13 Na schauen wir mal wann die Nacht dann wirklich bei uns hereinbricht aber wir sollten dann jetzt schon mal schauen Dass wir ein paar Soldaten ausbilden Gast Snackert hat 25% weniger Lebenspunkte dafür 50% mehr Schaden also auch sehr sehr lohnenswert den Auszubilden Da hast du aber vorher natürlich die Baracken erstmal bauen Die Häuser selber können wir auch nochmal upgraden Und zwar Damit nochmal 3 Auf die Bevölkerungs Limit dazukommen oder habe ich das richtig verstanden? Ja Oder? Nein Doch ja doch da steht Quasi die Stärke des Gebäudes zu erhöhen also mehr Lebenspunkte und eben das Limit auch nach oben zu ziehen Ich sehe gerade Ah jetzt verstehe ich ich wusste doch der kommt mir nicht sehr bekannt vor der Gast Snackert das ist ein neuer Villager Und hier kommt der nächste die kommen da alle von links angelaufen jetzt ist nur die Frage Wir sollten hier wahrscheinlich dann auch gleich mal Einen Wachtturm hinstellen Demnächst dann quasi auch hier nochmal 50% mehr Schaden Das ist sehr praktisch Also ihr werdet hier gleich mal ausgebildet Damit die Ich weiß nicht ob die da aufgehalten werden die Untoten Aber das ist jetzt hier mal meine Vermutung Da kommt auch schon der nächste Wer bist du denn? Okay Sam Fisherow Plus 1 Van Mining Stone Kannst du gerne mal loslegen Die Frage ist was ist hier Stone? Ist das hier auch schon Stone? Nein das ist Eisen Hier das ist Stein Dann macht doch mal bitte Stein Und ihr Macht jetzt hier einen auf Oh was machen wir denn? Bogenschütze oder Schwerkrieger Kostet natürlich auch ein bisschen hier 10 Nahrung 5 Holz 5 Eisen Bogenschütze 5 Holz und 5 Stein glaube ich oder auch Eisen Ja wahrscheinlich eher Eisen Wir machen wir mal Sperrkrieger ok? Also ihr dürft mal trainieren Da sind wir auch die Fortschrittsbeikern der einzelnen Session Und du machst jetzt aber bitte erstmal hier Stein Und dann graden wir das hier mal ab Ja nochmal eine Stufe drauf Und dann können wir was? Add animals to the roof to produce a small amount of food Ja das ist ja auch mal cool So und dann haben wir jetzt hier unsere zwei Krieger Ich hoffe das reicht Wir haben jetzt auf jeden Fall nochmal Kapazität dazu bekommen Da wird auf jeden Fall nochmal der eine oder andere dazu kommen Hier haben wir nochmal einen Der plus 1 auf Holz bekommt Sollte er also gleich mal sich ans Holz ran machen Jetzt ist nur die Frage Was passiert wenn wir uns das Holz ausgeht? Wir können ja noch ein ganzes Stückchen nach rechts gehen Da oben sehen wir hier übrigens die Map Da können wir auch so ein bisschen rum fahren Trotzdem kann uns das ja irgendwann auch ausgehen Schicken wir hier mal an Was haben wir denn noch für Gebäude theoretisch? Die Steinterrasse Seht ihr das richtig? Expand towards the skies Ok Die Glocke Allow you to summon a trader Uh das ist auch nicht schlecht Dann Wooden Spikes Oh die sind cool Gunpowder Elite Baracke Und den Markt Ah cool Dazu müssten wir aber das Village Level anheben Auf 3 Und das machen wir wahrscheinlich Indem wir Ja genau Indem wir quasi unsere Taverne ausbauen Da kommt der nächste Was kannst du? Builds repairs twice as fast Ok Kann also sehr schön und schnell bauen Perfekt Du darfst aber dann erstmal hier dich auch ums Essen kümmern Dass das bisschen aufwärts geht Ich weiß gar nicht wie viel ihr esst eigentlich Da steht jetzt hier Erstmal nirgends dran Aber Warte mal Was wir auf jeden Fall noch machen Wir brauchen Wollen wir das hier schon machen? Nein Ich würde gerne Hier nochmal Ah das geht nicht weil kein Stein Okay das ist jetzt schlecht Ne Warte mal was fehlt hier? Doch Stein Genau So Ich würde gerne hier am liebsten nochmal eine Mühle hinbauen Dass wir quasi hier eigentlich den Wachtturm hinstellen könnten Aber ich stelle ihn jetzt einfach noch ein bisschen nach vorne hin Aber du bist jetzt dieser Falsche Du sollst eigentlich dich ja um das Holz kümmern Okay macht nix Holz haben wir ja doch ein bisschen was da Also Kann er sich ruhig mal darum kümmern Und ja gut Hier nach rechts brauchen wir uns jetzt glaube ich so schnell erstmal noch nicht verteidigen Das ist ja doch eine ganz schön lange Strecke Also sollte hier Von links einer kommen Dann haben wir den ja hier schnell weg Und dann können wir die Soldaten nach rechts ziehen Schauen wir mal Ah also du kommst wieder mit Du darfst wieder am Holz arbeiten Ja und da werden jetzt eigentlich Bogenschützen glaube ich etwas besser Es wird auch schon dunkler Tag 1 Stunde 18 A new villager Okay was kannst du? Bist du vielleicht gut im Kämpfen? Nein du bist auch plus 1 bei Mining Any Aar or Stone Ah okay der andere kann überstehen Der andere Kann das auch beim Erz Okay gut zu wissen Ein bisschen mehr wäre mir jetzt aber schon auch lieb gewesen eigentlich Wir können mal schauen 1 bis 2 1 bis 3 Damage Mal ein bisschen schauen wer hier noch Wie Damage macht 1 bis 3 1 bis 3 Jetzt glaube ich so ein bisschen der Standard 1 bis 3 1 bis 2 Die hier machen ja 6 bis 10 Achso ja gut klar Die haben wir jetzt ja auch nochmal weiter Gebildet zu Soldaten Die müssen jetzt können Die Frage ist Kann ein Soldat Ja okay müssen wir aufpassen Also ein Soldat kann dann Kein Holz oder Stein mehr abbauen Kein Holz oder Stein mehr abbauen Also wir sollten auch aufpassen Wen wir ausbilden zu Soldaten Das ist auch ganz ganz wichtig Okay Na gut das stand ja am Anfang eigentlich dran ne Wir müssen da immer schön aufpassen Wem du welchen Job gibst Denn das ist der letzte den er tut Was ist das hier? Oder warte mal Oh Kann es sein dass die Zombies vielleicht von hier kommen? Das ist jetzt eine gute Frage Da ist schon mal ein Ah okay da kommt Zombie raus The Tomb is growing restless A new enemy type Your Codex has been updated Können wir auch mal kurz schauen Und zwar haben wir einmal Thrawl Okay Grüße aus Word of Warcraft würde ich mal sagen Also die kommen jetzt erstmal rasch nach rechts Weil ich glaube von links kommt dann wahrscheinlich niemand 20 Leben Keine Rüstung 1 bis 5 Schaden Mindless Slow and weak But can dangerous If numerous Also wenn es da viele sind von denen Dann wird es gefährlich Dann haben wir hier Bloater 50 Lebenspunkte 0 Rüstung 20 bis 25 Schaden Fat Bloated And disgusting Explodes When slain Okay Das ist nicht so gut wenn da einer explodieren kann Wir haben jetzt hier gerade nochmal eine 9 bekommen Der kann auch nochmal schnell bauen Und reparieren Ich brauche hier sofort einen Achtung Oh Oh Gott Das sind aber schon ein paar Das sind hier glaube ich die Bloaters und das sind die Frauds Okay Da wäre jetzt ein Bogenschütze mir ganz recht Wenn ich ehrlich bin Aber wenn eine andere explodiert das ist natürlich nicht so schön Warte mal du kommst mit kann ich dich vielleicht noch ausbilden zu jemand anderem zu einem Bogenschützen zum Beispiel das wäre super toll und auch den Minieneingang und eben diesen Tempel den können wir auch nachher mal bauen aber ich glaube das sollten wir jetzt erstmal noch lassen Ja perfekt Ja perfekt ich kann ihn umbilden zu einem Bogenschützen hier schauen wir auf jeden Fall mal dass wir die Kapazität immer wieder nach oben bringen für unsere Dorfbewohner Wow das ist aber auch schon ganz schön dunkel hier vielleicht wäre da so eine Fackel echt nicht schlecht wenn wir die mal hin bauen So Okay das hat doch schon mal ganz gut funktioniert die Frage ist Wow Geil okay das funktioniert top und der Bogenschütze ist jetzt hier auch dabei sehr schön Wo ist denn jetzt hier dich haben wir wieder woanders hin gebracht eine Fackel wäre ganz cool Ohja Ohja Okay wir brauchen sofort eine Heiler auf jeden Fall Das ist ja gefährlich So die Fackel können wir hier ausrüsten Okay und wir können natürlich dekorativ auch irgendwo eine Fackel hinstellen das sollten wir vielleicht auch machen Aber erst Oh schnell weg mit dir Boah das ist ja über wenn der explodiert vor allen Dingen Amanda Bird Pond Die hat es ja ziemlich erwischt dadurch die Explosion Ohja So schnell mal reparieren bitte Und dann braucht man einen Heiler So was kannst du Hast viel Rüstung Ist aber ultra langsamer Aber ist okay für einen Sperrkrieger wäre das gar nicht mehr so schlecht wenn du Rüstung hast Was kannst du Got some wood chopping skills Plus eins Und chopping Ja okay kannst du gerne mal machen Alright Okay Okay That's